Die R1 ist verfolge einen Polestar und einen Nissan 350Z. Schnell, 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 schnell! Ja, ich bin schein... Hey, ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich ess jetzt noch einen Huffen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Nailed it. Die R2 ist verfolgen. Der R1 ist auch von der R2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.